Hallo und herzlich willkommen bei den Kärntner Seminarbäuerinnen. Wir sind Botschafterinnen heimischer Lebensmittel und nach einer etwas längeren Pause wieder mit vollem Elan und Datendrang in unseren Tätigkeiten zurück. Wir freuen uns schon sehr auf die Kindergarteneinsätze und Schulworkshops. Aktuell haben wir zehn verschiedenste Themen im Angebot. Altersgerecht aufbereitete Workshops und die perfekte Mischung aus Theorie und Praxis. Das ist das Geheimnis der Seminarbäuerinnen. Bei Informationsveranstaltungen, Messen und Vorträgen geben wir unser Wissen über heimische Lebensmittel und die Landwirtschaft weiter und klären über Gütesiegel und den richtigen Einkauf auf. Du suchst noch nach dem perfekten Geschenk für einen besonderen Anlass oder möchtest dir selbst eine große Freude bereiten? Dann haben wir genau das Richtige für dich. Kennst du schon unser aktuelles Kochbuch, das Beste von Kärntner Seminarbäuerinnen oder unsere Rezeptbroschürensammlung? Unser Kochbuch und die Broschüren laden zum Schmökern, selber ausprobieren und nachkochen ein. Regional, saisonal, genial. Das ist das Motto unserer vielseitigen praktischen Kurse und Kukinare. Weitere Informationen findest du unter www.seminarbäuerinnen.at www.seminarbäuerinnen.at www.seminarbäuerinnen.at